Dildo-Selfies höre ich hier gerade. Es gibt Dildo-Selfies jetzt. Von wem? Von Uli? Sie sagt es. Hallo Uli. Sie schickt mir immer Dildo-Selfies. Immer schickt sie mir Dildo-Selfies. Schick ihr doch auch mal einen. Ja, aber was gibt es denn noch hier noch? Du hast doch schon ein schönes Sortiment. Ja, aber...